Besser hättest du es ja nicht casten können, muss man ja mal sagen. Du hast den Bad Boy, du hast den Schönling, du hast den etwas Ruhigeren. Das ist ja eigentlich Backstreet Boys der Straße. Es geht heute so ein bisschen darum, herauszuarbeiten, warum und wie Hip-Hop in der normalen Welt rund um Marken, rund um Vermarktung der eigenen Produkte und dem, was wiederum Marken an Hip-Hop sehen. Wo da die Krux ist, warum es im Zweifel mal funktioniert, mal nicht, aber im Prinzip ist sich alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen bewegt. Deswegen mein Name Nico Hüls vom Backstreet Magazin hier in Hamburg. Und deswegen habe ich mir Patrick Thiele eingeladen von Auf keinen Fall. Damit die Leute dich noch ein kleines bisschen einschätzen können, vielleicht weiß es der eine oder andere auch noch, du hast ja auch eine Rap-Karriere hinter dir. Das können wir eigentlich ad acta packen. Ja, vielleicht ist es etwas, worüber du nicht so gerne reden möchtest, aber für die Zusammenstellung ist es ja schon ganz wichtig, weil du ja vielleicht damit auch, also auf jeden Fall, beide Seiten nachvollziehen kannst, wie es als Rapper ist, über seine Kunst nachzudenken, aber dann auch gleich über die nächsten Business-Schritte, oder? Genau, absolut. Also ich hatte damals so eine semi-erfolgreiche Hip-Hop-Band. Das ist ja richtig unangenehm, merke ich gerade. Nein, das ist so, für mich war es so ein natürlicher Prozess, quasi aus dem Produzentendasein ins Management zu kommen, dass ich mich, und ich fühle mich so wohl in meiner Management-Tätigkeit, dass ich weiß das sehr zu schätzen, auch neben aller Erfahrungen mit, also ich stand ja auch mal irgendwie auf dem Splash vor 10, 15.000 Leuten und so, das war alles toll und haben auch viele Kontakte dadurch geknüpft, aber ich, ja, so, so halt. Ja, am Ende ist es aber dann trotzdem, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage, um zu verstehen, wie Rapper funktionieren. Absolut. Was würdest du sagen, woran liegt es, oder nee, fangen wir mal mit einem anderen Punkt an, wie kann man Hip-Hop gut vermarkten? Boah. Ich glaube, wie mit so vielen im Leben kann man das nicht pauschalisieren, es gibt keine Schablone, die man auflegen kann, weil wenn es die gäbe, würde wahrscheinlich jeder Wapper sehr, sehr erfolgreich sein und jeder Wapper könnte sich sehr, sehr erfolgreich vermarkten. Ich persönlich glaube allerdings daran, dass Authentizität sehr wichtig ist und damit meine ich nicht immer dieses Straßenzeug, sondern auch ein 3 Plus kann sehr authentisch sein oder auch ein Prinz Pi kann sehr authentisch sein, obwohl er keine Straßen-Rap-Musik macht. Da geht es einfach darum, das zu rappen oder das zu verkörpern, was man auch ist oder was man gesehen hat oder was das Umfeld mitgemacht hat. Es ist ja schon so, dass Hip-Hop in den letzten Jahren, was so das eigene Produkt angeht, ja so ein bisschen gelernt hat, sich zu vermarkten. Ich weiß nicht, gab es Boxen von euch damals? Nee, aber damals war auch das, also ich glaube, wir hatten eh so ein ganz tolles Timing. Wir haben angefangen mit unserer Karriere zu Deutschwebs Depression 2008 und haben aufgehört im Frühling von Deutschweb 2012. Das war wirklich grandioses Timing, sehr gut geplant. Nicht die besten Voraussetzungen, um danach dann auf die Business-Seite zu wechseln eigentlich. Absolut, ja, aber nee, also das Boxen-Game fing damals glaube ich so gerade so an. Also wir hatten sowas nicht. Kurz zur Erklärung, ich denke, man, die meisten kennen sich aus, aber es geht ja darum, dass Hip-Hop, die Box ist keine Neuerfindung, aber Hip-Hop hat irgendwann quasi sich selber dieses Tool, dass eine CD nicht nur drin liegt, sondern nur eine zweite CD, noch ein T-Shirt, noch zwei Aufkleber und ein großes Preisschild dran zu hängen, hat ja dazu geführt, dass in den Charts große Erfolge und damit dann auch natürlich gleichbedeutend mit der steigenden Qualität, aber auch viel mehr Resonanz von der anderen Seite von Hip-Hop bekommen hat. Ist das aber der Hauptgrund, warum dann auf einmal auch Leute von außen mehr Interesse an Hip-Hop-Künstlern bekommen haben? Sehr wahrscheinlich. Also davon gehe ich aus, wenn dann natürlich irgendwie fast jeder beliebige Künstler in den Top 20 oder Top 10 in den Charts aufkreuzen, dann weckt das natürlich erstmal woanders Interesse. Hat natürlich aber irgendwie eine Kehrseite der Medaille, weil ich finde die Kunst ist ja gar nicht einmal gut einzusteigen, sondern das eher zu halten und langlebig zu halten und dadurch entstehen natürlich gerade oder sind in der Vergangenheit glaube ich auch sogenannte Blender entstanden. Die starten dann einmal Top 10 und fliegen aber nächste Woche sofort wieder raus und eigentlich haben die gar nicht so eine große Relevanz oder die Relevanz ist überschaubar, sagen wir es mal so. Ja, am Ende ist es aber doch etwas, was, wie ich schon gesagt habe, von außen dann immer mehr Betrachtung bekommen hat. Das heißt aber, an dem Punkt hat Hip-Hop verstanden, sich zu vermarkten, oder? Ja, sehr. Dieses Boxengame, nenne ich es jetzt mal so, das hat deutschen Hip-Hop schon sehr, sehr geholfen. Also absolut neben der musikalischen Stärke, die dazugewonnen wurde. Wenn wir nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen, bevor diese Depressionsphase gekommen ist im Hip-Hop, die so irgendwann Anfang der 2000er, dann bis 2008 den Höhepunkt hatte, also in diese Phase davor geht, was würdest du sagen, haben damals Hip-Hop-Künstler sich vermarktet oder haben sie einfach nur gemacht? Auf jeden Fall haben sie mehr gemacht, als sie es jetzt machen. Also ich glaube, jetzt ist ganz oft der Gedankengang, weiß nicht, bei 70% Vermarktung und 30% irgendwie, wir machen mal. Und das war damals, glaube ich, anders. Das Bewusstsein ist ein anderes gewesen, damals auf jeden Fall. Und ich glaube, viel ist dann auch eher zufällig oder unbewusst entstanden. Also ich glaube, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, dass so ein Sido damals bei der WOC-WM war. Das war ja relativ früh, das war 2006, glaube ich, beim zweiten Album. Das war mit Sicherheit nicht geplant gewesen. Also das war so, ich glaube, Spektor und Speicher hatten es bestimmt irgendwie im Hinterkopf, dass man sowas machen kann, aber in Sido nicht, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Der hat einfach geile Mucke gemacht und daraus ist mehr entstanden. Heutzutage ist der Ansatz, glaube ich, ein anderer. Heutzutage ist so, ach geil, wenn ich den und den Song mache, dann könnte das und das funktionieren, was dann irgendwie auch immer nicht so geil ist. Man merkt, dass du Berliner bist, deswegen will ich eigentlich noch einen Schritt dahinter gehen. Denn für mich geht es sogar eher noch um die andere Generation, als so Hamburg und Stuttgart so die großen Zentren waren in den 90er Jahren. Und Künstler da ja sich sogar oft abgegrenzt haben. Es gibt die Situation, wo Max Herre und Afrop zusammen einen Song gegen die Bravo machen und sich dagegen wehren von der Teenie-Presse. Es gab da so eine Bezeichnung für Max Herre, die er nie gerne hört, deswegen wiederhole ich sie nicht, aber von der Teenie-Presse versucht worden zu instrumentalisieren. Die Beginner haben damals, was sie heute auf dem aktuellen Album auch beschrieben haben, sich für den The Dome-Auftritt halt was einfallen lassen und sind einfach nicht hingegangen, weil sie nicht Playpick spielen wollten. Es war also alles so ein bisschen mehr Anti-Haltung. Trotzdem war ein riesengroßer Erfolg da. Ja, woran lag der? Boah, der lag, ich glaube, der lag tatsächlich an der musikalischen Stärke erst mal. Also bei Freundeskreis oder bei Afrop und auch bei den Beginnern. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Zeit einfach damals ja eine andere war. Also ich habe mich witzigerweise heute Nacht am Späti noch mit zwei anderen Kollegen genau darüber unterhalten. Gute Vorbereitung. Absolut. Gut, damals war es halt wirklich so, wenn du so einen Mega-Erfolg hattest und in diesen Mainstream-Massenmedien aufgetaucht bist, dann galt das ja als Sellout und irgendwie war das uncool und man wollte halt seine eigene Kultur für sich behalten und so weiter und so fort. Das hat sich ja mittlerweile massivst geändert. Also die Kultur zählt ja heutzutage fast wenig bis gar nichts mehr und es geht ja eigentlich nur noch um Zahlen, wie viele YouTube-Klicks, wie viele verkaufte Einheiten und so weiter und so fort. Und die Musik und die Kultur leidet so ein Stück weit, glaube ich, darunter. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum es diese Depressionsblase gegeben hat, oder? Dass eben keine Vermarktung und keine Profis da waren. Absolut, aber so krass wird es diese Blase nicht geben, aber so ein bisschen bewegen wir uns ja schon auch wieder dahin. Und dann wird es interessant, wie die Mainstream-Medien oder andere Firmen, um wieder bei Vermarktung zu landen, darauf reagieren werden. Ich bin mal gespannt, ob die dann dranbleiben oder ob die dann sagen, ach, jetzt ist ja Deutsch-Hop wieder nicht ganz so angesagt, weil jetzt irgendwas anderes kommt. Lass mal alles wieder stehen und liegen. Das höre ich von außen oft, dass es dann immer so eine Wellenbewegung wird und irgendwann wird Hip-Hop nicht mehr so interessant sein. Ich halte da gerne immer so ein kleines bisschen gegen, weil es so vielfältig mittlerweile ist. Aber jetzt habe ich mit dir ja jemanden, der dann ja auch einen Roestar hat mittlerweile, aber auf keinen Fall und auch auf verschiedenen Leveln, denn das muss man auch nochmal sagen, du betreust ja und dann auch die 187 Straßenbande, wo wir nachher noch drauf kommen, weil das ja sicherlich noch ein ganz anderes Beispiel ist. Aber wenn du einen kleinen Künstler hast und künstlerisch von dem überzeugt bist, wie viel oder wie wichtig ist dann gleichzeitig auch die Marketing-Ebene heute, um sie gleich von Anfang an mit im Auge zu behalten? Boah, also da muss ich erstmal sagen, bei uns bei auf keinen Fall gehen ja die Sache eh ein bisschen anders an. Bei uns steht das Label unfassbar weit im Hintergrund so und wir schieben den Künstler ganz, ganz weit nach vorne. Wir haben überhaupt keine Lust auf dieses so, wir sind Label Nummer eins oder so, Gedöns, was sonst im Hip-Hop so gerne beliebt ist. Das ist das eine. Und zum anderen geht es mir tatsächlich unfassbar erstmal um Feeling, um Anderssein und um die Musik. Ich denke da noch gar nicht drüber nach, wenn ich so ein Kapital oder Acker außer Kontrolle habe, ob ich jetzt mit Acker außer Kontrolle, weil man sich sagt, dass sie ein paar Einbrüche gemacht haben, ob wir jetzt mit einem Baumarkt irgendwie eine Kooperation eintüten können, um die nächste Flex zu bewerben. Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Da geht es mir erstmal um Feeling. Irgendwie ja schon, offenbar. Natürlich ist es naheliegend, das zu machen, aber deswegen signe ich die nicht und deswegen mache ich nicht mit denen Business. Sondern da geht es erstmal darum, dass ich die Musik geil finde und dass ich glaube, dass die Musik auch andere Leute geil finden. Es geht ja nicht nur nach persönlichen Geschmack, sondern das ist ja meine Aufgabe quasi oder meinen Job zu bewerten und einzuschätzen, ob das auch für einen größeren Markt gilt. Ja, Punkt. Aber dafür sind die Sachen auch relativ hart, die wir da so haben, muss man auch sagen. Ja, ich glaube, dann ist es im Zweifel vom Programm, also vom Roaster, was du da hast, ein bisschen schwieriger, was die Vermarktung angeht. Trotzdem, am Ende machst du das ja auch nicht für Luft und Liebe, sondern auch du musst damit Geld verdienen. Und dann ist ja der Ansatz sicherlich ein anderer, wenn ich einen Künstler habe, der als eine junge neue Justin Bieber bezeichnet wird. Den habe ich gestern, ich war gestern in München bei so einem anderen Event, da habe ich diesen Julian Rieck, hast ja glaube ich den jungen Justin Bieber aus Deutschland kennengelernt. Da ist es ein komplett anderer Ansatz, was die Vermarktung angeht, als wenn ich außer Kontrolle habe. Aber was für Gedanken muss man sich dann machen, wenn man mitten im Hip-Hop ist und auf der anderen Seite seine Werte, was dann ja trotzdem irgendwie immer da ist, behalten möchte, trotzdem aber am Ende auch keine roten Zahlen auf dem Kontoauszug haben möchte. Also bei, bleiben wir bei, wir gerade dabei sind, bei AK außer Kontrolle, geht es natürlich darum, die Musik so gut zu machen, dass man auch zwei, drei CDs verkauft oder Einheiten digital, Downloads und Streamings und sowas weiter. Und dann sehe ich zum Beispiel das Live-Geschäft als unfassbar großes Potenzial bei den Jungs, weil das ist dann auch wieder eine geile Vermarktungsstrategie, weil so ein plakatives Thema wie die AK außer Kontrolle, jetzt stellt man sich mal vor, man hat so eine Art Hip-Hop-Musical und auf einmal, also ab einem gewissen Level kann man sowas dann auch umsetzen und die Jungs rappen auf der Bühne aus Zellen raus und machen Live-Einbrüche auf einer Bühne und man inszeniert eigentlich das, was die rappen auf einer Bühne, dann schaffst du auch wieder was einzigartiges und dann brauche ich auch keine Baumarktfirma, um die nächste Flex zu bewerben. Das ist dann immer so ein bisschen die Vermarktung aus sich selber heraus, aus dem eigenen Produkt und man braucht gar nichts von außen. Das ist ja etwas, was Hip-Hop auch in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat. Also das ist prinzipiell, mag ich sehr unabhängig zu sein, das hat nichts mit Bindungsängsten zu tun oder mit irgendwie überhaupt nicht, aber ich eben gerade aus diesen Wellenbewegungen heraus, dass alle anderen dann immer dann aufspringen, wenn es läuft und wenn es nicht mehr läuft, springen sie wieder ab, finde ich es ganz wichtig, dass man für sich selber so ein Grundrauschen schafft, an Wirtschaftlichkeit und an Relevanz und da, finde ich, muss man dann ganz klar überlegen, wie man das hinbekommt aus einer Eigenkraft heraus und welches Potenzial bietet derjenige oder der Künstler oder die Künstlergruppe und wie kann man das denn schaffen? Stichwort Energie einer Gruppe und dem, was man daraus machen kann, ist naheliegend, wenn du von außer Kontrolle redest, dann gleich das große Beispiel zu nehmen, die 187 Straßenbande, wo du den gerade mitten in dem, ich nenne es Wahnsinn steckst, den die Jungs im positiven Sinne erleben. Kannst du grob beschreiben, wie sich so die letzten anderthalb Jahre von der Business-Seite angefühlt haben, zu sehen, was da passiert ist? Also auf emotionaler Ebene, wenn man dann doch mal die Zeit hat, darüber kurz nachzudenken, es gab so einen Minimoment, wir hatten Anfang September ein eigenes Festival hier in Hamburg mit fast 6000 Besuchern, das erste Festival. Na gefühlt 1000 Gäste, das war wahrscheinlich noch oben drauf, ne? Ja, 500 noch was waren es, aber das waren eher 1000 Jahre Knast im Hintergrund. Da bin ich so übers Gelände gelaufen und da dachte ich schon so kurz, ey, was das hier gerade eigentlich für ein Wahnsinn ist. Also ich bin so übers leere Gelände noch gelaufen vor der Eröffnung. Das war irgendwie schon krass, in welchem Tempo das auch angeschoben wurde. Und bei den Jungs muss man ja ehrlicherweise sagen, die haben ja jahrelang selber für sich gekämpft und eigentlich brauchten die nur jemanden, der das Ganze kanalisiert, ordnet, strukturiert und an den richtigen Stellschrauben mal die Schrauben festdreht. Und das hat dann glaube ich dazu geführt, dass das in dem Tempo jetzt so abgegangen ist bisher. Das sind beeindruckende Zahlen, zweimal Nummer eins dieses Jahr, einmal mit Jizzes und Bones, jetzt einmal mit Bones und Raph. Es ist insgesamt eine unheimliche Energie, die da entsteht, ein unheimlicher Hype um 187, um die, also wahrscheinlich auch weit mehr als die Musik, sondern um die Lifestyle. Die Jungs sind absolute Rockstars, also das, was ich immer mitkriege, ist so, das sind gar keine Rapper oder Hip-Hopper, sondern es sind Rockstars. Und das merkt man auch, die sind voll Profis, gerade im Live-Bereich und so, aber das sind absolute Rockstars. Am Ende steht dann ja dann aber auch eine klare Identität dahinter und das ist ja dann was, was man unter Markenbildung verstehen kann, wenn man sich klar auf etwas zuspitzt, wofür man stehen möchte. Wie viel Plan steckt ihr da dahinter? Schon, schon viel Plan, muss man schon sagen. Nicht von den Jungs aus, aber von uns aus und wir besprechen sehr, sehr viel mit Bones und mit den Jungs, aber manche Sachen muss man auch einfach machen. Also, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja Ebbe und Flut im Oktober letzten Jahres rausgebracht und waren eigentlich die Ersten und Einzigen, das wird viel zu wenig, finde ich, thematisiert, wir waren die Ersten und Einzigen bisher, die ohne Vorverkauf ein Album veröffentlicht haben, was auch funktioniert hat. Also es gab Weekend und Sierra Kid, die haben es gemacht, das war eher so suboptimal, ohne Wertung jetzt. Das Album vom Jizzis, falls das jemand nicht wusste. Und das Album von Jizzis, der 187 Straßenbande, wir haben es von Anhieb ohne Vorverkauf auf zwei in den Charts gehalten, das Album ist immer noch in den Charts. Und wir haben jetzt, glaube ich, fast ein Jahr später. Das ist alles total in Ordnung und das war schon so ein Ding, das ist schon aus meinem Kopf gekommen. Und am Anfang war so, ja, meinst du? Und dann haben die Jungs auch zwischendurch sehr dran geglaubt und ich weiß, so zwei Tage oder einen Tag vor Release war es so, ey Patrick, du kannst dich, sind alle über 18, du kannst dich ficken gehen, das ist eine scheiße Idee, das geht alles baden und so. Und ich so, ey Jungs, chillt, wartet ab. Ich glaube, das hat aber auch dazu geführt, weil du die Leute einfach so hungrig gemacht hast auf dieser Platte. Wir haben eigentlich die Fans und die Konsumenten aushungern lassen und dann haben dann irgendwann gesagt, da gibt es das Steak. Genau so hat sich die Meute auch angefühlt. Ich war damals in der Nacht mit dabei, als dann bei Mediamarkt Hamburg-Altona die Türen aufgegangen sind und dann da 3000 Jugendliche in aller Herkünfte standen und 187, 187 gebrüllt haben. Das ist dann schlichtweg eine Marke mittlerweile. Absolut. Ja, dann wird es natürlich für Leute von außen interessant. Wie sieht es so mit den Anfragen aus? Also jeden Tag gibt es eigentlich viele Anfragen und 95 bis 98 Prozent wird einfach abgelehnt. Also fast alles von Spiegel TV über NDR, über Zeit, über Bild, über… Die wollen alle ihre Geschichte machen, ne? Ja, das lehnen wir mal kategorisch alles ab. Das gibt ja natürlich irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du es nicht verhindern kannst. Also wenn die Mopo jetzt als Beispiel anfragt, dann, ey, Interview gibt es nicht. Ja, können wir einen Bericht machen. Ich so, ey, was ihr schreibt, kann ich nicht verhindern. Müsst ihr tun. Aber wir werden es jetzt nicht großartig rausposaunen, ne? Und also wir lehnen da sehr, sehr, sehr viel ab. Wir haben zum Glück mittlerweile mit Lacoste eine schöne Kooperation. Das wäre ein ganz interessantes Thema. Also da greife ich gleich mal ein. Wir haben mit Nike eine schöne Kooperation. Und wir haben da schon zwei, drei Sachen, wo wir auch sagen, ey, komm, das machen wir auch gerne. Aber das muss halt zu den Jungs passen, ne? Also das finde ich eh so ein Credo. Da sind wir wieder beim Authentischen. Was sollen die Jungs jetzt für Rasiererwerbung machen oder so ein Quatsch? Also das passt halt nicht. Ich finde dieses Lacoste-Thema hochinteressant, weil das auch wieder so ein Hip-Hop-Thema ist. Es gibt von jedem Rap-Künstler eine Definition über eine bestimmte Marke, über ein bestimmtes Produkt, sei es eine Klamotte, sei es ein Auto. Jeder hat irgendwie so ein Statussymbol, das er feiert. Bei der 187 Straßenbahn ist das seit Tag 1 der Lacoste-Trainingsanzug. Seitdem feiern sie den und haben, glaube ich, auch seitdem immer so, mehr oder minder sicherlich nicht aktiv, aber immer so auch ein bisschen gehofft, dass dann doch Lacoste mal kommt und sagt, ja, Mensch, super, wir geben euch ganz viele Anzüge. Und die haben das, glaube ich, sogar abgelehnt und haben, glaube ich, sogar aufgefordert, korrigiere mich, dass man sie nicht in Verbindung dazu bringt, früher, zu alten Tagen noch. Und dann, vielleicht kannst du die Geschichte gleich weitererzählen, aber die, die ich habe, ist dann, dass dann sie selber im Lacoste-Store waren und ein Lacoste-Training ganz verkaufen wollten. Lacoste hat irgendwann mal mitbekommen, dass, glaube ich, die einen 60- oder 70-prozentigen Aktienstieg bei den 13- bis 18-jährigen Konsumenten hatten, insbesondere in Hamburg. Und als wir dann auch mal gesagt haben, wir sind auch für ein Echo nominiert und wir würden ganz gerne anstatt einen Anzug mit Schlips und so weiter in Trainingsanzügen von Lacoste zum Echo gehen, kam da der Echo, äh, kam der Echo, sag ich schon, der Lacoste dann auch nicht mehr dran vorbei. Und seitdem mögen, schätzen wir uns und sind eine der seltenen VIP-Mitglieder von Lacoste. Was denn heißt, wir kriegen viele Sachen so oder vergünstigt und so weiter und so fort. Das ist eine total interessante Geschichte, auch für das Thema, das wir haben, raus aus der Schmuddelecke, weil ja genau das der Weg war. Da ist jemand, der feiert den Lacoste-Traineranzug, möchte den auch den Leuten da draußen sagen, ey, das ist cool, das ist geil, ich zeige das, das ist mein Lifestyle. Die Marke findet das aber total beschissen. Am Ende ist es dann doch eher so, dass die Marken von außen auch immer, wenn sie sich Rapper aussuchen, dann immer ihr Profil so ein bisschen darauf proizieren möchten. Gab es bei 167 auch noch andere Anfragen? Ich meine, du musst ja im Zweifel mir keinen hier an die Pfanne hauen, aber keine direkte Marke nennen, aber vielleicht Branche oder irgendwas, wo direkte Anfragen gekommen sind. Wir sehen euch da, wir würden gerne, dass ihr, keine Ahnung, unsere Versicherung ein bisschen bewirbt oder so. Also Versicherung kam noch nicht. Klamotten kamen sehr, sehr viel, aber wie gesagt, da haben wir unfassbar viel abgelehnt, weil es muss halt auch passen einfach und die Jungs müssen es gerne tragen. Also das ist so, ich fände nichts Schlimmeres, als jemanden in ein Kostüm zu stecken. Das ist dann wieder ein bisschen auch die Authentizität von Hip-Hop, die da, glaube ich, mitspricht. Absolut. Aber das ist, glaube ich, ein Grundbaustein. Also nur dann, glaube ich, haben auch alle Beteiligten was davon. Also wenn der Künstler das vermarktende Produkt gerne trägt, überzeugend trägt, dann überträgt es sich, glaube ich, auch auf den Fan oder an den Konsumenten und nur dann hat auch die Marke wieder was davon. Also ich weiß jetzt nicht, wir hatten ja zum Vorwärts schon abgesprochen, warum das Bofür-Rügenweiler-Wurst-Werbung gemacht hat, verstehe ich bis heute nicht. Du nimmst mir schon was vor. Ich war noch bei der Einsatz der 7 Straßenbahn. Ich merke schon, du willst nicht die Automarken nennen, die angefragt haben. Mercedes wird dir vielleicht auch noch mal nennen. Mercedes, da sind wir tatsächlich im Gespräch, da könnten wir noch eine schöne Co-op hinkriegen. Aber da müssen wir mal gucken. Aber genau, das wäre nämlich jetzt das, was ich hier einmal wissen wollen würde. Er hat jetzt schon ein Beispiel genannt. Ich weiß nicht, wie bekannt das hier ist, dass Hip-Hop-Künstler und Marken zusammenarbeiten. Er hat schon ein Musterbeispiel, ein Bo und der Rügenweiler-Mühle genannt. Hat jemand aus dem Publikum noch eine Idee, eine Erinnerung daran, welche Marke er mit einem Rap-Star in Verbindung gesehen hat, worüber er sich gewundert hat? Gibt es da vielleicht irgendeine? Ich habe sonst auch genug Beispiele, aber falls jemandem was einfällt. Genau, GEZ und Sammy Deluxe. Auch schon ein paar Jahre her. Seitdem läuft es nicht mehr bei ihm, ne? Es ist eine Frage. Ich meine, im Zweifel ist das jetzt ein bisschen hart, diese Verbindung dazu zu stellen. Aber es ist schon, glaube ich, ein Thema, wo dann ein Rapper dann mit der GEZ arbeitet. Ey, das gibt ja auch, also wenn die GEZ ihn von unseren GEZ-Geldern so viel Geld gegeben hat, dass er nicht mehr widerstehen konnte, dann ist das auch geil. Dann gibt es ja dieses Sprichwort, nimm das Geld und renn. Aber das weiß ich nicht, ob das so war in dem Fall. Und per se erstmal auch kein Disrespekt an Sammy oder so. Aber da ist zum Beispiel so eine Aktion, wenn ich persönlich jetzt in seinem beratenden Umfeld gewesen wäre, hätte ich dringendst von abgeraten. Einfach, weil es nicht passt. Also ich verstehe die Verbindung überhaupt nicht. Verstehe überhaupt sowieso die Verbindung von GEZ nicht. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Aber das noch mit einem Hip-Hopper zusammen oder mit einem Rapper leuchtet mir einfach nicht ein. Du hast ja eben so salopp gesagt, seitdem ging es bei ihm bergab. Glaubst du, dass das ein entscheidender Faktor ist für die Fans auch da draußen? Klar. Also im Moment, das kriege ich mit, haben die Fans sowieso mega Bock auf glaubwürdige Sachen, weil es ist so ein gesellschaftliches Ding. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen und zu sehr interpretieren. Aber ich glaube, viele Leute haben einfach gar keinen Bock, weil sie das Gefühl haben, alles andere wird ihnen schon vorgegaukelt in der Welt. Durch diverse Medien, durch Politik und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es dann so einen festen Anker ihrer Hip-Hop-Kultur, wo es den Kids ganz wichtig ist, dass das echt ist und dass das authentisch ist. Und wenn du dann aber als Rapper was Unauthentisches machst, dann verkackst du dir bei deiner Zielgruppe einfach die Basis. Die Aktivität im Publikum ist nicht ganz so groß, deswegen greife ich, glaube ich, oder? Gibt es noch jemanden, der noch eine Verbindung hat? Ja? Was? Noch mal bitte? Aber wie lange gibt es Ikea? Ja, ich glaube schon ein paar Jahre länger. Ich meine, du wirst auch schon... Wobei doch die Verbindung verstehe ich. Ich verstehe sie. L.A. Kulture als Schmuse-Rapper, als Love-Song-Rapper und Ikea verkauft Betten. Das kann ich nachvollziehen. Das ist logisch. Das ist okay. Es gibt aktuelle Beispiele, die da so wahrscheinlich ein bisschen naheliegender sind, oder? Also wenn du gerade Sido vorhin beschrieben hast. Ja. Und Agro Berlin im Hintergrund, dann ist das ja, um die Einladung dafür zu bauen, natürlich auch schon ein Konstrukt gewesen, wo das Label sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Künstler vermarktet. Absolut, ja. Wie hätte man damals den Künstler Sido vermarkten können, aus deiner Sicht? Also, wer bin ich, um Spectre, Speiche und Halle zu verbessern und dieses Meisterwerk Agro Berlin eigentlich zu verbessern? Ich glaube ganz ehrlich, das hätte nicht anders und besser laufen können. Dann gibt es nämlich den ersten Ansatz, dass er zum Beispiel für Mobilverträge geworben hat. Da gab es einen zusammen. Jetzt, Anno 2016 glaube ich, für Hublot. One, Schweiz. Was eine mega Ansage ist, tatsächlich habe ich letztes Jahr auch mit Hublot zusammengearbeitet. Wir haben so einen Newcomer-Künstler gehabt. Mason Family kennt wenige. Und da hatten wir das große Glück, mit Hublot zusammenzuarbeiten. Ich verstehe das, warum Hublot und Sido zusammenkommen. Erklär es. Und das ist auch irgendwie logisch. Sido ist ein unfassbarer Uhrenfetischist. Der hat ein Gefühl, also ich weiß nicht, leicht übertrieben hat er bestimmt 300 Uhren. Alles hochwertige, nein, sind weniger bestimmt, aber alles hochwertige Uhren. Also keine Flickflack und keine Swatch. Und Trotzdem ist es ja am Ende für die Marke, aber ich meine, das ist ja Aber Sido hat ja auch kein Sido ist doch diesen Straßenjungen hat er auch abgelegt. Der ist immer noch, der hat eine gewisse Roughness und der darf eh, finde ich, alles machen, was er will, weil der hat so viel für Rap getan und hat sämtliche Türen eingetreten, eingerannt. Bei dem würde ich nichts kritisieren. Aber der ist ja nicht mehr der Schmuddeltyp. Der weiß ganz genau, hier und da muss er seine Single machen, dann ist er wieder im Mainstream. So und so. Der hat das Entertainment-Business als einer der ganz wenigen verstanden, so wie es die Amerikaner verstanden haben. Und deswegen spielt er das Spiel gut mit und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Mehrwert für Hublot. Du hast ja schon gesagt, dass am Ende der Künstler sich im Prinzip treu bleiben muss, damit er auch dann seiner Marke nicht wehtut. Dann heißt das natürlich, dass von außen so bestimmte Marken dann Interesse daran kriegen, dann trifft man sich an einer Stelle. Das ist dann in erster Linie dann aber wahrscheinlich Klamottenmarke X, schickt jede regelmäßig einen großen Karton mit Klamotten oder irgendwie sowas, bis es dann wirklich zu Cash kommt und wirklich dann interessant wird. Das ist, glaube ich, sowas wie Sido und Hublot. Wahrscheinlich mutmaßen ich jetzt mal so ein bisschen sowas wie die Speerspitze, so wie das eins der höchsten Level, die man erreichen kann. Absolut. Wobei ich mich da natürlich frage, welcher Sido-Fan kann sich eine Hublot-Uhr leisten? Also so eine Hublot-Uhr fängt, glaube ich, bei 8.600 Euro an. Das ist dann wieder die Frage, was sich die Marke da von verspricht. Coolness wahrscheinlich. Und vielleicht die Leute ab 20, 25, die dann doch irgendwie, weiß ich nicht. Ja, vielleicht die Sido früher schon gehört haben und jetzt, dass er sich jetzt diese 8.000 Euro leisten kann. Am Ende ist es dann aber trotzdem das, was, glaube ich, auch so ein bisschen dann für Hip-Hop immer noch so das ist, woran gearbeitet wird und wo man selber noch in den Kinderschuhen steckt, dieses in den Mainstream reingehen und so ein kleines bisschen Problem damit haben, kulturell, musikalisch. Auf der anderen Seite ist es aber offenbar immer der Punkt, wo es dann für Marken da draußen auch wirklich erst interessant wird. Also die nächsten Beispiele sind, das ist noch ein bisschen weiter weg, die Fantastischen Vier, ja, die gehören zur Rap-Szene, auch wenn das vielleicht für mich sich nicht so angefühlt hat. Und auch mittlerweile immer weiter davon weg sind. Es ist trotzdem noch aus dem Kern und die haben mit Sky eine riesengroße Kampagne gemacht. Das heißt, viel mehr Mitte, der geht ja nicht, also rund um Sport und dann ging es um Sky Go und sowas alles. Dann tauchen die da mittendrin mit auf. So, das ist dann, Mitte trifft Mitte, oder? Ich habe, also da muss ich leider gestehen, habe mich nie mit den Fantastischen Vier so mega auseinandergesetzt. Aber dir ist schon bewusst, dass sie Musik wieder mal machen? MFG kennt man auch und die da, ist schon klar. Ich weiß, dass der Smudo, also, was ich damit sagen will, ich stecke nicht so tief drin, dass ich genau weiß, wer wie was verkörpert. Ich weiß, dass Smudo ein sehr sportbegeisterter Typ ist oder Rennfahrer ist, auf jeden Fall. Insofern sehe ich da schon mal auch irgendwie eine Verbindung, auch eine passende Verbindung. Am Ende, da hast du, wie du das bei Sie beschrieben hast, aber auch so einen Punkt für einen Künstler erreicht, an dem man so weit in der Mitte angekommen ist, dass auch die Projektionsfläche für Marken, dass die sich darin wiederfinden, ja auch immer größer wird. Das heißt, bei jemandem wie der 187 Straßenbahn ist es ja im Moment nur so eine kleine Ecke, so spitz, dass ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel möglich ist. Bei Versicherung hast du schon gelacht. Ich glaube, es gibt nicht viel andere Möglichkeiten. Tatsächlich bin ich ja auch, ich hoffe, hier sitzt kein Konkurrent von mir oder Kollege, aber ich bin ja immer, ich fand einen Move unfassbar krass in den letzten Jahren. Das war Jay-Z, der hat mit Samsung eine Kooperation gemacht, hat einfach irgendwie eine Million Alben für 20 Millionen Dollar an Samsung abgetreten, ist quasi schon drei Wochen vor Veröffentlichung Platin gewesen und hat da schon mal seinen Schnapp gemacht. Und ich überlege sehr ernsthaft, wie man das auf den deutschen Markt transportieren kann und führe heftigste Diskussionen mit meinen Kollegen und so weiter und so fort. Und jetzt nehmen wir das mal bei so einem Beispiel Jizzes oder Bones, ja, und dann fällt mir einfach in Deutschland keine Marke ein, mit denen du das machen kannst. Beziehungsweise welche Marke das auch wiederum mit uns machen würde, weil so eine Grundhärte haben wir dann doch. Liegt es nur an der Härte oder dann auch vielleicht auch an den finanziellen Möglichkeiten? Ey, puh, nö. Ich glaube, daran liegt es nicht. Ich glaube, das liegt schon an, viele Leute haben Angst. Also immer noch trotzdem. Also bei dieser Musik und bei den, viele Leute belächeln das auch. das merkt man ja auch. Also das ist so ein bisschen dieses Ding, wie halt weiße Vorstadtkits früher NWA gehört haben. Ey, so viele, ich meine, gerade die 187 Straßenbahnen, die verkaufen ja nicht nur in Hamburg, guckst, sondern das ist, wenn du dir die Werte anguckst, verkaufen die genauso in, wir hatten bei der letzten Tour einen Stopp in Neuwied. Ich weiß nicht mal, wo Neuwied ist, sondern es kamen 1500 Leute. Das muss mindestens das Dorf gewesen sein, plus der Bauer und die Kühe. Und das ist so, also die Jungs sind überall eigentlich angekommen, ja. Und trotzdem... Stehen sie noch in der Schmuddel-Ecke eigentlich? Absolut. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass die Jungs so Rock'n'Roller sind, Rockstars sind und dass die Musik eine Grundhärte hat. Da haben einfach viele Leute Angst. Ja, ich glaube, weil vorhin LL Cool J und Kea gekommen ist, die USA und was amerikanische Rapper in Vermarktungsdingen in den letzten Jahren gemacht haben, ist das noch ein kleiner Unterschied? Großer Unterschied, glaube ich sogar. Woran liegt der? Ich meine, es wird ja immer davon gesprochen, dass es immer noch so ein Entwicklungsrückstand von, früher hieß es immer 10, 15 Jahre, ich weiß nicht, habt ihr heute noch so? Ich würde es 5 bis 10 Jahre mittlerweile vielleicht sagen, weil es immer noch nicht verinnerlicht ist. Vielleicht ist es auch nicht aufzuholen, weil die kulturelle Grundlage Also aufzuholen sowieso nicht, genau, weil die kulturellen Grundlagen, das hat, glaube ich, was mit Soul und Funk und wirklich dem Hersprung oder dem Ursprung der Musik von Rap zu tun oder von Hip-Hop und der Kultur, die wir halt einfach hier in Deutschland nicht haben. Also ich meine, kann man ja auch mal welchen deutschen A&B-Sänger gibt es außer Xavier Naidoo? Es gibt einfach keinen relevanten deutschen A&B-Sänger und es gibt nicht diese schwarze Kultur, sage ich jetzt mal so. Und deswegen werden wir es nie aufholen, so, aber vielleicht kann man den Abstand verkürzen und ich glaube schon, dass da Generationen, also schon ein, zwei Generationen sind schon rangewachsen, für die einfach, die komplett mit Rap und Hip-Hop sozialisiert sind. Da wird es noch mehr Generationen geben und das Bewusstsein und das Verständnis dafür wird auch immer besser werden, glaube ich. Glaubst du, das ist eine andere Definition, wenn man USA, Deutschland in der Vermarktung Hip-Hop-seitig vergleicht, eine andere Definition von cool gibt? Ja. Und warum? Kann ich genau beschreiben, also bevor du jetzt sagst, ja beschreib mal oder sag mal warum. Doch, warum? Scheiße, das haben wir schon in der Schule gelernt, nicht nur einfach mit Ja und Nein antworten. Ich gebe zu schlechte Fragestellungen, aber jetzt musst du das mit der Nachfrage ausbahnen. Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Aber die eins nach diesem Straßmann ist doch cool. Die ist absolut cool, aber ich kann dir auch erklären, warum die cool sind. Erstens sind da, da sind fünf, sechs Typen, erstmal für die Öffentlichkeit, es sind ja noch viel mehr Leute im Hintergrund. Besser hättest du es ja nicht casten können, muss man ja mal sagen. Du hast den Bad Boy, du hast den Schönling, du hast den etwas ruhigeren, das ist ja eigentlich Backstreet Boys der Straße. Das klingt witzig, aber das besser hättest du es nicht casten können. Dann hast du für die Teenies quasi eine Freundesgruppe, die es schaffen mit ihrem Freundeskreis. Die geben also den Leuten das Gefühl, ey, wir können das auch schaffen. Wenn die es schaffen, wir können es auch schaffen. Dann kommt der Humor dazu, dann kommt tatsächlich dazu, dass sie gemischt sind, also Maxwell, der ist halt dunkelhäutig. Dann hast du aber auch dieses deutsche Ding, ich glaube, da freuen sich auch einfach viele deutsche Kids. Ey, ich habe mal wieder, ich will gar nicht diese Nation, ich finde es abartig, diese Diskussion, aber für die Kids, glaube ich, aus deren Position ist das so, ey geil, ich kann das auch feiern, weil der heißt ja Jonas und ich, ne? So denken denn die Leute ohne Wertung. Ich glaube, das hat viele Gründe für den Erfolg oder das sind viele Gründe dafür. Am Ende ist das genau der Begriff von cool, warum die Jugend den Lifestyle von acessiven Straßenmann, der ja im Zweifel dann, wenn man es gesellschaftskritisch sieht, natürlich auch ein bisschen mit einem zweiten Auge vielleicht zu betrachten ist, wenn ich dann unter Kommentaren lese, ja cool, es kommt der neue Trailer zu oder das neue Snippet oder so, ja geil, deswegen schwänze ich heute die Schule, weil ich möchte immer das Snippet hören und das Ding hat 300 Likes, das ist dann wahrscheinlich etwas, was so ein bisschen eine problematische Auswirkung der Coolness ist. Ist diese Entfernung von Marken in Deutschland zu dieser Coolness, ist die noch zu groß, um dann für die, also für beide Seiten da einen Profit draus zu schlagen? Da muss man sich ja eigentlich fragen, welche deutschen Marken gibt es und wie cool sind die deutschen Marken und die amerikanischen Marken, die hier sind, die greifen wahrscheinlich lieber auf amerikanische Künstler zu, weil warum sollten die jetzt einen deutschen Künstler nehmen? Also das hast du ja auch immer noch mit diesen Ami-Acts so, die verkaufen in Deutschland nicht eine CD und denken aber immer nur, die sind die Superstars und wenn du zum Beispiel so bei Feature-Anfragen hast oder so, dann denkst du immer so, ey, durch uns würdest du hier definitiv auf jeden Fall ein paar CDs mehr verkaufen und das würden, wir helfen dir hier, wir wollen ein Feature mit dir haben, weil wir es feiern so und die sind dann aber was für den amerikanischen Firmen und ich glaube, so ist das bei den Firmen auch und den deutschen Firmen, mir fällt jetzt keine deutsche Firma aus dem Stichreif sofort ein, wo ich sage, boah, die ist aber mega cool. Dann nehme ich nochmal nächstes Beispiel, über das man mal diskutieren kann in Form von Marken nimmt sich Rapper und arbeitet zusammen und wer gewinnt am Ende? Ecofresh rappt für die Deutsche Bahn. Ja, da hat auch jemand gelacht im Publikum. Ja, woran liegt das? Was liegt das daran, weil die Deutsche Bahn einfach nicht cool ist? Er hofft sie sich dadurch cool ist? Ich meine, jetzt stell dir die Frage nochmal selber. Ja. Das ist... Aber am Ende ist doch genau das, was sich eine Marke wie die Deutsche Bahn erhofft, dass sie dadurch ein bisschen funkier wird. Ja, aber das ist auf beiden Seiten so dumm eigentlich. Man muss fast schon knallhart sagen. Das ist auch wieder so, warum macht Eco das? Und wenn die Deutsche Bahn wirklich cool sein will, dann müssen die doch mal nur ihr Ohr auf die Straße legen und gucken, wer ist denn bei den Kids gerade angesagt? Und das ist so, auch da kein Disrespect an Eco. Das ist ein krasser Rapper und der hat eine krasse Diskografie und... Aber der ist gerade nicht bei den 16-Jährigen auf dem Schulhof der angesagte Typ. Wegen dem schwänzt gerade keiner. Sagen wir es mal so. Da gilt dann wahrscheinlich die Regel, die du vorhin beschrieben hast. Wenn der Preis stimmt, nimm das Geld und renn. Absolut, klar. Ich kann mir dann aber... Vielleicht kann er jetzt auch immer kostenlos Bahn fahren für den Rest seines Lebens. Wäre auch eine Alternative. Im Zweifel wird er sicherlich keinen schlechten Deal gemacht haben. Glaubst du, das ist jetzt ein bisschen Suggestion, aber glaubst du, dass er dadurch so ein bisschen Schaden nehmen kann? Also, da du die Frage im Konjunktiv stellst, würde ich auch im Konjunktiv antworten. Ich glaube, dass sowas der Karriere schaden kann. Weil es einfach... Da sind wir wieder bei diesen Semi-GZ oder diesen paar Beispielen. Weil es einfach nicht passt. Es matcht nicht zu 100%. Es gibt dann das andere schöne Beispiel und das ist mal wieder kurz eine Frage in die Runde. Wie Hip-Hop interessiert man hier gewesen ist in den letzten Jahren? Es gibt ja auch dann immer Marken, die sich Hip-Hop nehmen und wahrscheinlich nicht genug Geld haben oder keinen Rapper finden, der Interesse daran hat. Hat jemand Rap-Songs von Filmen in Erinnerung, die vor kurzem oder in den letzten Jahren mal was gerappt haben? Oder vielleicht Mitarbeiter gerappt haben oder so? Habt ihr das vor Augen, vor Ohren? Wir haben Publikum. Das ist nicht... Auf jeden Fall, da fandst du Parteirap auch so total viel eigentlich. Auch jetzt gerade, glaube ich, wieder von der SPD oder so. Es gibt alles Mögliche. Dann fängt die Polizei an zu rappen, dann fängt das Arbeitsamt her. Die Polizei macht einen Rap. Den Song habe ich sogar gehört. Das war sogar... Das war okay eigentlich, rein technisch erst mal. Ja, aber am Ende ist die Frage, warum macht man das? Da sitzt dann wahrscheinlich in der Marketing-Auteilung jemand, der denkt sich, Hip-Hop ist cool. Yo, machen wir. Ihr drei da, ihr habt gerade nicht so viel zu tun. Du siehst aus wie der Hip-Hopper. Komm. Genau so wird es, glaube ich, laufen. Was würdest du denn den Marken auf der anderen Seite da dann raten? Also auch lieber lassen? Total. Also, sorry. Also ich meine, es gibt ja auch... Deutsch-EDM-Haus ist ja auch beliebt. Da kommt ja auch keiner auf die Idee, auf einmal sowas zu machen. Absolut. Also ich finde, es gilt genauso, dass es für die Künstler gilt, dass es passen muss. Es muss einfach für die Marken passen, logischerweise. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum man sagt, ey, du Polizist, jetzt rap mal was. Oder was war das andere Beispiel gerade noch? Es gab Politik-Rap, es gab Versicherungen, die gerappt haben. Klar, verstehe ich den Gedankengang von so einer Partei, egal welcher. Okay, wir wollen jetzt auch Jüngere erreichen, aber genau dadurch erreichst du die nicht, weil es nichts Peinlicheres gibt. Das ist so, das ist so, als wenn dein Papa... Weißt du, du stehst total auf Rap, so als Teenie und dein Papa kommt rein und freestylt dir das Frühstück vor. Da schämst du dich doch in Grund und Boden. Das ist doch, da ist einfach kein Bock drauf. Jetzt haben wir ja zweifelsohne in den letzten Jahren eine ganze Armee an wirklich erfolgreichen und um den Begriff zu benutzen, coolen Rappern, quasi, wie soll man das sagen, erarbeitet sich aus falschen Worten, aber haben sich quasi den Weg nach oben gebahnt, auch durch erfolgreiche Zahlen, dass sie wirklich weit in der Mitte im Prinzip angekommen sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht in der Mitte wahrgenommen werden. wenn du dir so Gedanken, alles jetzt wieder ein bisschen Suggestionen, aber so ein Casper oder so ein Materia auf der einen Seite, dann aber vielleicht ein Farid Bang und ein Kollegah auf der anderen Seite. Kannst du dir vorstellen, wann das für eine Marke interessant sein könnte, mit denen zu arbeiten? Casper und Materia glaube ich, das ist mega interessant. Das unterscheide ich auch, finde ich, nochmal. Ich finde zum Beispiel, bei allem Riesenerfolg, den jemand wie Kollegah und Farid hatte oder haben, die sind, finde ich, noch nicht in der Mitte angekommen der Gesellschaft. Ich finde auch, die 187 Straßenbande ganz selbstkritisch gesagt, ist noch nicht, bei allen Erfolgen, die wir gerade abreißen und Rekorden, die wir da gerade irgendwie regelrecht aufstellen, das ist auch noch nicht in der Mitte angekommen. Casper und Materia sind in der Mitte angekommen, weil wenn du die Wohlheide füllst mit 18.000 Leuten und da die Zielgruppe von, weiß ich nicht, 10 bis 60 ist, dann bist du in der Mitte angekommen. Witzigerweise habe ich bei beiden gar nicht vor Augen, ob die mit irgendwelchen Marken was machen, wo ich fast sogar glaube, dass es ganz bewusst so ist. Also ich glaube, das hat einen Grund, dass es mir nicht im Kopf kommt, einfach um die Marken etwaig vielleicht nicht zu verbrennen. Würde ich fast behaupten. Aber also, weil vor Anfragen können die sich wahrscheinlich nicht mehr retten. ein schönes Beispiel dafür, wenn eine ganz große Mark mit einer ganz großen Marke arbeitet, ist dann auch Crow gewesen zum Beispiel, der in der großen McDonalds-Kampagne damit aufgetaucht ist. Auch Mercedes, ne? Ja, auch Mercedes, genau. Bei Mercedes hat er einen Wagen bemalt, der dann verlost wurde. Bei McDonalds war eigentlich, ich weiß gar nicht, wenn er Veggie-Rap oder so war, glaube ich, bei dem 1 plus 1, zusammen mit der Eistüte, ich glaube, das war Jürgen Vogel. Da ist er halt mit ganz vielen anderen Persönlichkeiten aufgetreten. Von deiner Seite aus, glaubst du, waren das richtige Moves? Crow ist, der ist sowas von in der Mitte angekommen und der hat ja irgendwie alles überflogen. Das waren auf jeden Fall richtige Moves. Also, bei so einem Erfolg muss man auch ganz klar sagen, da gibt einem der Erfolg auch einfach recht. Das ist ähnlich wie, ich vorhin schon über Spectre und Speicher bei Agro Galin gesagt habe, auch Basti und den ganzen Chimperator-Jungs. Wer wäre ich, um da zu sagen, das war richtig oder falsch? Der Weg zeigt es bei denen, dass es absolut richtig ist. Jetzt haben wir so ein bisschen lange auf verschiedenen Marken von außen rumgeritten, die so ein bisschen dann im Zweifel ist, dass ja der entscheidende Punkt auch viel Geld mit rüberwerfen können, dass der Künstler viel Geld verdienen kann und dann vielleicht auch mit seiner Musik endlich dafür sorgt, dass auch die Generation danach nicht mehr arbeiten muss. Das, was aber eigentlich im Hypo passiert in den letzten Jahren, ist ja, dass Künstler verstanden haben, was sie für eine Marke haben und das einfach auch selber nutzen. Absolut. Fitnessprogramme sind wahrscheinlich auch jedem hier im Raum schon mal irgendwo über den Weg gelaufen, dass der eine oder andere Rapper auch rappt, dass er mehr mit Fitnessprogrammen verdient als andere mit CDs. Siehst du da so, oder wie siehst du da die Entwicklung? Weiß ich nicht, Fitnessrapp ist glaube ich, weiß ich nicht, ob es durch ist. Ich gehe gar nicht von Fitness, sondern allgemein davon, dass Künstler sich selber vermarkten. Fitnessrap, ja. Ich glaube, das ist die Zukunft, ehrlich gesagt, dieses selber vermarkten und diese Unabhängigkeit haben einfach so. Direkte Frage, wie läuft der 187 Merch? Das musst du glaube ich andere fragen, aber... Aber du wirst ja was mitkriegen, also da gibt es schon das eine oder andere Paket raus täglich. Absolut. Also ich meine, für mich war so, wir haben beim Splash irgendwie mal ganz oldschool wieder Snippet-CDs verteilt und ich bin da so über das Splash-Gelände gelaufen und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es nur ein 187 Merch gab auf dem Splash. Also insofern gehe ich davon aus, dass das Merch gut läuft. Insgesamt ist das ja der erste Schritt, den man machen kann. Also man macht ein paar T-Shirts und ein paar Pullis, Logo drauf, funktioniert, die Leute kaufen es. Nächste Schritte sind dann aber sich erweitern. Casey Rebel zum Beispiel ist recht erfolgreich offensichtlich in dem Aufbauen von Shisha-Bars und nicht nur dann fremden Tabak zu nehmen, sondern auch seine eigene Produktionsfirma mittlerweile in Polen zu haben und dem eigenen Tabak herzustellen. Siehst du da irgendwo Grenzen? Nein, absolut nicht. Also überhaupt nicht. Ich kann mir irgendwann sogar vorstellen, übertrieben gesagt, dass Mercedes mal ein Mercedes-Qo baut, weil also wenn es Sinn ergibt. Das ist ja wieder von außen. Aus den eigenen Möglichkeiten heraus. Vielleicht baut Quo auch mein eigener Mercedes. Aber nein, ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Also am Ende des Tages läuft das ja alles über ein Netzwerk und wenn du hart dafür arbeitest, glaube ich, dann erreichst du dieses Netzwerk auch irgendwann und hast die nötigen Kontakte. Das ist, glaube ich, eine Sache von Willensstärke und von Struktur und von einem Ziel und das muss man, glaube ich, nur klar verfolgen, über kurz oder lang. Die 117-Straßenbande ist da ja, was das angeht, im Moment ja dann ein unheimlich spannendes Paket. Machst du dir da jetzt schon Gedanken darüber, um jetzt wieder konkret von dir ein Beispiel zu hören, was so an Möglichkeiten noch besteht, was man machen kann? Klar, aber drüber reden wirst du wahrscheinlich nicht, aber ja, scheiße, das macht es eigentlich schon wieder, aber kannst du noch ein bisschen was dazu sagen? Total doof. Ja, genau. Aber es wäre ja schon mal ganz interessant zu wissen, ob du da auch selber für so ein Produkt, ich meine, klar, das haben wir jetzt vorhin auch gesagt, wenn du in die Mitte kommst, dann ist alles offen. Wenn du wie die 117-Straßenbande wirklich noch mitten in der Schmuddelecke stehst, dann ist es wahrscheinlich ein kleines bisschen schwieriger, oder? Weil man sich dann doch auf seine eigene Fanbase verlassen muss. Ja, wobei man es ja auch öffnet. Also ich meine, jetzt mit Palmausplastik hat man es ja schon ein bisschen geöffnet und ich glaube, wenn ich jetzt mehr sagen würde, würde man auch ein Stück weit die Faszination von dem Ganzen nehmen. Aber ich glaube, wenn sehr kluge Menschen gucken, was da in den letzten 12 bis 16 Monaten passiert ist, dann kann man auch gucken, was in den nächsten drei Jahren passiert mit den Jungs. Bei denen wird es sicherlich noch ein bisschen weitergehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast vorhin von einer Blase schon gesprochen, also dass es so ein bisschen die Gefahr besteht und dass von außen ja auch sehr oft darüber gesprochen wird, dass es auch jetzt wieder eine Hip-Hop-Blase gibt, von der man erwartet, dass es ein kleines bisschen platzt. Du hast ja gesagt, nicht platzen, aber vielleicht ein kleines bisschen runtergehen. Wie siehst du denn dabei insgesamt, um hier beim Thema zu bleiben, so die weiteren Entwicklungen für Hip-Hop, Vermarktung, Deutschland, Schmuddelecke, schafft man es raus? Wird man immer ein bisschen da drin stehen bleiben, weil die Kultur eine andere ist? Ich glaube, die Schmuddelecke wird immer bleiben. Solange ein Markus Lanz in seiner Sendung Jo, Jo, Jo macht und Kai Pflaume da mitmacht, zeigt es mir, dass Hip-Hop immer noch in der Schmuddelecke ist und das wird auch noch, solange die Generationen nicht alle wegsterben und nicht quasi die, die damit wirklich aufgewachsen sind, irgendwann nachrücken, solange wird Hip-Hop noch in der Schmuddelecke sein und da rede ich, glaube ich, schon nochmal von 30, 40 Jahren. Ja, das klingt nicht gut am Ende des Tages, aber... Aber das... Guck mal, ganz ehrlich, Hip-Hop wird doch von vielen immer noch belächelt. Also, so ein Bericht bei Tuff über weiß ich nicht von Haftbefehlen. Das ist doch, wenn da so ein... Aminati heißt da? Ja. Der macht den Jo, Jo, Jo und Gangster und dies, das. Das zeigt doch einfach, der Typ belächelt das Ganze. Der meint es ja nicht ernst. Da ist ja kein Interesse da. So. Die machen das halt, weil irgendjemand sagt, das ist erfolgreich, alle reden drüber und dann machen die aber keinen ernsthaften Bericht. Das ist genau der Grund, warum wir 98% aller Sachen ablehnen, weil wir gar keinen Bock haben, dass irgendjemand über uns so einen Quatsch macht. Weil Jesus hat das mal gut gewerbt, ich bin kein Hampelmann. Das ist auch so. Zwischen Entertainer und Hampelmann ist einfach nochmal ein Unterschied. oder Künstler und Hampelmann. Also das Entertainer ist da schon aber im Zweifel auch der richtige Begriff. Ja, absolut, klar. Weil Künstler verkauft, glaube ich nicht, aber der Entertainer, ja. Ja. Ja, absolut. Aber deswegen, glaube ich, wird Hip-Hop auch noch sehr, sehr lange in der Schmudde-Ecke sein. Und ich glaube, um zu gucken, um so eine Prognose für die nächsten Jahre zu geben, derjenige, der sich perfekt inszeniert und perfekt selbst vermarktet, der würde auch wiederum glaubwürdig nur für andere Marken interessant sein von außen. Und auch nur der, glaube ich, schafft es dann auch heraus und in die Mitte zu kommen, so wie du es vorhin gesagt hast. Das ist soweit mein Ausflug mit dir gewesen. Ich habe jetzt die Möglichkeit für euch hier gelassen, zum Ende der Runde, ob noch irgendwie Fragen oder Anregungen bestehen. Dann ist sogar eine Meldung. Ja, ich freue mich. Ein bisschen Interaktion habe ich. Ach so, ja. Ich hätte einfach mal eine Frage, weil mich das total interessiert, wie kommt denn dann so eine Kooperation mit den Beginnern zustande? Weil, also sind das die Beginner, die dann anfragen, weil sie sich denken, oh, wir brauchen mal ein paar Kids, weil ansonsten kommen nur die alten Fans? Oder ist es eher andersrum, dass die Straßenbahn sagt, so, hm, vielleicht ein bisschen Credibility von denen, weil, ganz ehrlich, ich fand das total absurd. Ihr redet die ganze Zeit über Marken, die zusammenarbeiten und wo das absurd ist und ich dachte einfach nur, krass, warum arbeiten die beiden denn zusammen? Weil, ehrlich gesagt, sind das für mich zwei unterschiedliche, komplette Haltungen so. Also. Nehmen wir das eine eher als Schmuddel-Hip-Hop-Wahn, das andere eher so ein bisschen... Du wirst sicherlich mehr dazu sagen können, aber die Einladung ist halt, dass diese, von der Außensicht, am Ende ist im Hip-Hop, die Strecke zwischen den beiden ist viel kürzer, als es von außen wahrscheinlich aussieht. Also A, sind erst mal alles Hamburger, ne? Das ist erst mal die klare Verbindung zwischen denen. Wenn ich, ja, persönlich nichts weiter mit den Beginnern zu tun, aber wenn ich Berater der Beginner wäre, dann besser konntest du diesen Aufschlag nicht gestalten. Du kommst wieder mit den gefragtesten Acts, gerade in Deutschland, besser kannst du deinen Aufschlag nicht gestalten. Das muss man mal irgendwie ganz klar sagen. Weil man muss sich mal die Frage stellen, also nur mal die Frage stellen, wenn sie mit der zweiten Single, das war ein kompletter Beginner-Solo-Song, als erstes gekommen wären, dann hätten alle vielleicht gesagt, nett, ist cool, war's. Die brauchten ja was, was so quasi für Diskussionsstoff sorgt. Also aus deren Position total nachvollziehbar. Aus unserer Position wiederum auch super, weil Jesus dementsprechend auch sich nochmal anderen Leuten vorstellen konnte. Die, die nämlich alle bei den ersten Kommentaren gesagt haben, was ist denn das für ein Assi, der ist ja toll tätowiert und aggressiv und beim zweiten Video dann so, es ist dasselbe mit der Brille, ist das der, der so tätowiert ist. Also insofern war das auch gut und die allerwichtigste Komponente, die darf man gar nicht vorweglassen oder außen vor lassen, ist, die Jungs mögen, schätzen sich auf persönlicher Ebene. Gerade die neue Generation, oder Jesus weiß auch, was die Beginner damals gemacht haben als Hamburger Rap und da ist halt einfach, da mag man sich auch auf irgendeiner Ebene musikalisch noch. Und da ist, glaube ich, der Grundbaustein erstmal, neben den anderen. Das sind dann so positive Nebeneffekte, die man dann hat. Es gab dabei ja so ganz lustige, absurde Ergebnisse, dass es dann Versionen bei YouTube gegeben hat, wo die einen Jesus rausgeschnitten haben und die anderen sich in Kommentaren gefragt haben, cool, neuer Jesus-Song, aber wer sind diese alten Männer, mit denen er dazu tut hat? Der geilste Kommentar, ehrlich gesagt, wir hatten zwei, drei Wochen später, nach dem Beginnerding, haben wir mit unserem Künstler Kapital und Jesus ein Video hochgeladen. Und da gab es so einen Kommentar von einem Fan, ey Jesus, finde ich voll gut, dass du so einen Newcomer pushst. Erst die Beginner und dann Kapital. Das ist so mein allerliebster Kommentar. Aber das ist ja auch klar, weil wer jetzt 22 ist oder 18 ist, die Beginner haben vor 13 Jahren ihre letzte Platte rausgebracht. Das ist für die wie ein Newcomer. Also da waren die fünf, als Blast Action Heroes rauskamen. Gibt es noch irgendwie eine Frage? Ja, gerne. Das Mikrofon kommt auch. Ich habe mir die ganze Zeit so ein bisschen die Frage gestellt, ob es überhaupt den Wunsch im Rap gibt, aus der Schmuddelecke rauszukommen, weil ja ganz bewusst gerade so Aktivitäten, die immer so am Rande der Legalität stattfinden, ja also sozusagen in den Vermarktungsmittelpunkt gestellt werden. Also jetzt auch im Hinblick zum Beispiel auf die Straßenbande, ja wir sehen irgendwie Jesus, der irgendwie so mit so einem dicken Bündel Geldscheine in kleinen Scheinen irgendwie rummacht vor der Kamera. Wir sehen aber auch zum Beispiel einen Hatar, der das ja total bewusst einsetzt. Also diese Zeit und auch diese, ich glaube, dass es einfach so ein Momentum ist, der total spannend gerade für junge Männer ist, diese Geschichte zu erzählen und der Typ, der aus dem Knast, und der wurde gefolgt, was weiß ich. Also ich glaube halt manchmal, dass dieser Wunsch in den Mittelpunkt, wie wir das hier genannt haben, oder in den Mainstream zu kommen, dass der eigentlich gar nicht so echt ist, weil wir ja immer diese Dinger wieder benutzen, um uns interessant zu machen. Jein, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ja eigentlich fast schon eine gesellschaftliche Frage oder ein gesellschaftlicher Punkt. Und es gibt ja nun mal irgendwie besser gestellte Menschen und schlechter gestellte Menschen in unserer Gesellschaft. Und wenn du da jetzt jemanden hast, wie du ihn nennen willst, ob du ihn Jesus, Rata oder wen auch immer nennst, die aber in einer Gegend aufwachsen, wo erstmal prinzipiell die Leute vielleicht schlechter gestellt sind. Und die sehen dann aber trotzdem durch Medien oder was weiß ich. Das ist sehr klischeehaft. Aber das ist trotzdem auch schon so. Die sehen dann Leute mit einem Mercedes fahren. Ey, scheiße, das will ich auch. Und irgendwie, aber in der Schule läuft es nicht so. Beziehungsweise der Weg, dem einer genannt wird mit, du kannst Mercedes fahren, aber du musst erst noch Abitur machen, studieren und dann musst du noch fünf Jahre Berufserfahrung haben und dann kannst du dir den Mercedes kaufen. Das ist für manche, die Geduld haben. Kennt jeder selber. Aber manche ist geduldig und manche nicht. Und andere sagen sich dann vielleicht, gut, da hinten ist ja der Kiosk, den muss ich jetzt mal überfallen, dann habe ich schon mal 10.000 Euro. Sehr plakativ gesprochen. Dass man das dann wiederum aber auch verwendet, weil es wiederum zur Lebensgeschichte gehört, da sind wir wieder beim authentischen Sein, oder beim authentisch Sein, liegt irgendwie nah. Also ich glaube schon, der Wunsch nach Anerkennung von der Mitte der Gesellschaft, der ist, glaube ich, beeindruckender. Weil wer möchte nicht respektiert werden, wer möchte nicht anerkannt werden. Aber es gehört halt einfach zur Lebensgeschichte, weil man sich irgendwann für diesen Weg entschieden hat oder entscheiden musste. Und meine Sicht auf jeden dieser Künstler, um da noch einen kleinen Zusatz zu geben, die ich mir sehr mitgekriegt habe, in Abstufung ist halt schon, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem ein Künstler merkt, okay, ich kann damit auch einfach meine Miete irgendwann bezahlen. Und aus der Miete bezahlen wir dann irgendwann Miete für meine Mama mitbezahlen und eben den Mercedes und so weiter und so fort. Und so versucht dann jeder dann doch irgendwie in die Mitte zu kommen. Und wenn es dann Leute von außen gibt, die bereit sind, mir nicht nur ein Paket mit Klamotten zu schicken, sondern vielleicht auch mal ein paar tausend Euro dafür, dass ich sage, hier, dieser Telefonanschluss ist super. Dann kommen wir an den Punkt, wo es um Authentizität geht oder um Glaubwürdigkeit und wie kann ich das mit mir vertreten. Und deswegen, also da ist es dann die weiche Grenze. Aber am Ende wollen sie alle ein bisschen dahin, wie weit sie gehen. Ich denke, das hängt dann wieder davon ab, wo man startet. Und ich gehe mal davon aus, dass die 187 Straßen wandeln nicht für, weiß ich nicht, Hygieneartikel oder Versicherungen oder, also siehst du, ich meine, vielleicht weißt du mehr als ich, aber ich, aus Hausratsversicherung. Die Anfrage von Rossmann und DM haben wir abgelehnt. Haftpflichtversicherung vielleicht. Gibt es noch weitere Fragen? Dem ist nicht so, deswegen bedanke ich mich bei dir, mein Lieber. Danke dir. Euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt und viel Spaß weiter beim Rehpapand-Festival. Backspin.